Einen wunderschönen guten Tag meine Freunde, jetzt willkommen zu diesem kleinen Let's Play Vorstellungsvideo. Wir spielen agar.io. Ihr werdet es wahrscheinlich kennen, weil im Moment spielt es einfach jeder und ich dachte mir, komm wir spielen das auch mal. Es wird sehr witzig, glaube ich. So, wer es nicht kennt, das ist ein ganz einfaches Spielprinzip. Wir sind dieser kleine hässliche Ball und wir wachsen, wenn wir andere kleine hässliche Bälle aufsammeln, wie die hier. Guck mal gerade, ob das hier alles läuft. Es läuft alles sehr gut, sehr schön. Okay, wir müssen diese Dinger einsammeln, dann werden wir größer. Und die noch größeren Dinger, Kanada eskaliert erstmal, können uns fressen. Das ist nicht gut. Dementsprechend müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir der Größte auf dieser Map werden. Oh Gott, Vorstell eskaliert auch. Alles klar. Indem wir andere Viecher assimilieren. Ich will den Mars haben. Komm mal her, Mars. Mars kommt zu Papa. Oh, Mars riesig. Kriege ich euch. Oh Gott. Ja, ihr habt es gesehen, man kann sich auf zwei teilen. Dann gibt man die Hälfte seiner Masse ab und macht einen zweiten Klon und damit kann man sich so nach vorne katapultieren. Oh, RedTube. Hallo, RedTube. Komm her. Fuck, kriege ich euch. Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen wachsen. Ja, das... Oh, Germany. Hallo. Boah. Eiskalt von RedTube gefressen. Das ist das Spielprinzip, ja? Rumeiern, größer werden und die kleineren Planeten dann fressen, um der Größte auf der Map zu werden. Ist sehr geil. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Die Seite heißt auch agar.io, sofern ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das war alles. Das Ziel ist es, mein Ziel ist es persönlich, dass wir auf Platz 1 des Leaderboards da rechts kommen. Da stehen nämlich die Größten von diesem Planeten drauf. Und ich habe es noch nie auf 1 geschafft und ich würde das gerne mal schaffen. Oh, die M&M's kommen. Bitte geh weg. Du bist zu groß. Oh Gott. Oh, Messi. Wir haben Suarez und Messi hier. Alles klar. Gerade war Champions League-Finale. Ich glaube, das könnte irgendwie ein bisschen damit zusammenhängen. Ich bin mir da nicht so sicher. Oh Gott. Nein. Der Pigel weg. Ich mag dich nicht. Den könnte ich essen. Komm her. Oh. Komm her. Nein, nicht zu dem. Güte, nein. Oh Gott. Wo sind die alle größer als ich? Wo ist denn jemand kleiner? Fuck me. Ja, komm her. Auch nicht. Okay. Die Schweiz hält sich wie immer aus allem raus. Alles klar. Wenn man gleich groß ist, kann man sich übrigens nicht fressen. Deswegen. Bei gleich großen Planeten kann man das Ganze ein bisschen gemütlicher angehen. Aber bei der Schweiz, wenn die sich jetzt wieder zusammensetzt, nach einer Zeit setzt man sich auch wieder zusammen. Deswegen da, vielleicht muss man das jetzt nicht unbedingt. Ich bin da größer geworden. Den will ich haben. Komm her. Ich fress dich. Nein. Nein. Umsonst geteilt. Fuck. Scheiße. Jetzt dauert es ein bisschen und dann setzt es uns wieder zusammen. Komm her, Ukraine. Komm her, Schweden. Hallo, Schweden. Schweden will nicht. Oh Gott. Mars will mich fressen. Oh. Feuer. Fuck. Scheiße. Okay. Soviel dann dazu. Oh Mann. Ihr seht ein sehr einfaches Spielprinzip. Aber es macht unglaublich Spaß. Wenn man es natürlich nicht schafft, größer zu werden, ist es auch sehr langweilig. Aber an sich macht es echt Laune. Ich weiß noch nicht genau, warum dieses Spiel so Laune macht. Gironimo. Das stimmt. Gironimo, ruhig da. Bitte. Lass mich in Ruhe. Lass mich noch ungefähr so groß werden wie Gragatz da unten. Press W. Ja, es gibt auch einen Spielmodus, da kann man mit Teams spielen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Weil man kann auch so Masse von sich abgeben. Dann können andere das einsammeln. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Fuck. Okay. Ah, ich sehe gerade, da ist auch die Schweiz wieder. Das heißt, es ist die gleiche Map. Oh, RedTube ist auch wieder am Start. Okay, wir spielen also anscheinend immer auf dem gleichen Server. Kann das? Lass mich in Ruhe. Die Schweiz ist aber kleiner geworden. Ah, ich glaube, die hat Masse verloren. Haha. Anfänger. Wenn wir übrigens da durchfliegen, dann teilen wir uns. In ganz, ganz viele kleine Stückchen. Weil wenn man groß ist, ist das sehr ärgerlich. So, wo seid ihr denn? Schweden ist auch zu groß. Alter. Alle zu groß hier, oder was? Gibt's doch nicht. Auch zu groß. Der Server ist scheiße. Die sind alle zu groß. Oh Gott, Schweden da unten. Oh, Alter, sind die riesig. Oh, Uli Macaroni. Oh, die nehme ich. Komm her. Komm her. Komm jetzt her. Danke. Gefressen. Oh Gott. Suarez, geh bitte weg. Weiß mich nicht. Weiß wen anders. Oder ist Pi. Es gibt auch eine Map-Begrenzung. Also irgendwo ist Ende. Man sieht das nicht, man fliegt dann einfach gegen. Star-Lord. Star-Lord ist doch Dings, ne? Guardians of the Galaxy. Da kommt der doch her. Warum ist der so schnell? Ich bin kleiner. Je kleiner, desto schneller. Boah, ist der groß. Schoffel, Platz 2 im Niederbord. Heilige, der war groß. Aber noch sieht's gut für uns aus. Oh. Ne? Jetzt haben wir doch schon mal ein bisschen was an Größe. So, Kollege. Komm mal bitte her. Du willst nicht? Okay. Alles klar. Ich würde dich gerne fressen. Ah, der will aber nicht. Vielleicht kann ich mir irgendwie den Weg abschneiden. Irgendwo ist ja auch Map-Begrenzung. Aber der frisst dich gerade voll. Das ist echt ungünstig. Komm. Ach komm, gleiche Größe oder was? Na super. Dann halt nicht. Penner. Warte, hier müsste Level-Begrenzung sein. Ja, genau. Sieht man halt nicht nur an diesen Punkten, die sich relativ auf einer Linie befinden. Wer bist du? I fuck your mama. Gut, dann fress ich dich. Jupp. Oh. Gut, dann fress ich dich vielleicht nicht. Ne, da fliege ich nicht durch. Nein, nein, so blöd bin ich nicht. Oh Gott. Noobs. Let me eat you. Na, ist auch Level-Begrenzung. Ja, das ist die Witz. Versteckt er sich? Die Kleinen können sich dahinter verstecken. Wenn die Großen da durchfliegen, teilen die sich. Das ist echt assi. Oh Gott. Ganz am Rand zu fliegen ist ein bisschen. Zusammensetzen, zusammensetzen, zusammensetzen. So. Okay. Jetzt nur nicht gefressen werden. Und aus der Ecke irgendwie rauskommen. Kann nicht so schwer sein. Oh Gott. Der ist größer, oder? Ja. Holy. Komm, teil dich. Hihi. Oh Gott. Komm, ihr beide dürft euch gerne kloppen, aber ohne mich. Schweiz, zieh ab. Geh bitte weg. Das ist wie in Ruhe. Ihr habt hier nichts getan. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die kleinen Punkte, wenn man so groß ist wie jetzt zum Beispiel, noch irgendwas bringen. Also ich glaube schon. Aber es sieht halt nicht mal so krass aus. Der kriegt mich auch nicht. Größer als der bin ich auch. Oh Gott. Größer als der bin ich auf keinen Fall. Heilige Scheiße. Der will mich haben. Du Funz. Hol dir mal einen anders. Oh, Freunde der Nacht. Scheiße, das Levelbegrenzung. Oh boy. Das ist ungut. Das ist ungut. Ich muss nur so einen hier fressen. Oh ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, jetzt. Komm her, jetzt. Meiner. Meiner. Nice, das kriegt mich auch Hungry nicht mehr. Ja. Sehr gut. Jetzt können wir uns auch teilen. Kriegen wir auch schon einiges gefressen. Das ist gut. Wir sind noch nicht im Leaderboard. Boah, guck mal, wir sind schon voll groß, aber noch nicht im Leaderboard. Krass. Krass. Und wir sind langsam. Wir sind todeslangsam. Ja, das ist okay. Wir könnten jetzt zum Beispiel die Schweiz fressen. Ja, die ist zu weit weg jetzt. Messi ist zu groß. Den kriegen wir nicht. Da, die Schweiz. Die kriegen wir aber. Ah, aber nicht, wenn sie abhauen. Jetzt könnte Meteos sich teilen und den oberen von mir wegsnacken. Was er nicht tut. Okay. Ich habe die Schweiz getötet. Boah. Einfach die Schweiz umgebracht. Können wir nur hoffen, dass ich mich schnell wieder zusammensetze. Weil kleines echt gesundes, äh, gesundes, gefundenes Fressen, ne? Ich hoffe mal, es klappt relativ schnell. Oh Gott, Messi kommt. Setz dich zusammen, bitte. Oh, Freunde. Hier ist Mapende. Und Messi will mich essen. Oh fuck. Obwohl, der will ja durch. Komm, 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 komm. Oh, gut. Oh fuck, 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 fuck. Nicht gut. Nicht gut. Danke, danke, danke. Nein. Ja, gleich groß. Das war ein Fehler. Hä? Wenn wir jetzt ein Stück größer wären. Fuck. Aber ist eine gute Runde. Ist echt eine gute Runde. Vielleicht kriegen wir einen M&M-Sie gesnackt. Ja, kriegen wir. Jetzt hätte ich gerne den auch noch. Ja, da kommen wir nicht mehr dran. Da kommen wir auch nicht dran. Oh fuck. Die fressen wir meinen kleinen Teil weg. Nein. Fuck. Aber jetzt haben wir Suarez gefüttert. Jetzt kann der den Lila nun fressen. Und könnte mir dann theoretisch... Boah. Was davon abgeben. Das wäre super nett. Hallo, RedTube. Bin ich groß genug? Ich probiere es. Jawohl. Oh, Platz 10. Ja. Wir haben einen Platz im Lila-Bot, Freunde. Geil. Oh, die Schweiz ist auch wieder da. Ach, warum denn der? Das hätte er noch mehr geben können. Oh, 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 oh. Wir können uns theoretisch jetzt nochmal splitten. Aber dann werden wir vier kleine Kugeln. Und die zu kontrollieren, ist nicht gut. Nein. Nein, 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 nein. Nicht mein kleines Teil da wegfressen. Ah, Freunde. Ich brauche den noch. Ich brauche den noch ganz hart. Oh, Gott. Nein. Ich muss die Nase putzen. Oh, ich hätte Heuschnupfen. Oh, Gott. Kennt ihr das? Sommer und Heuschnupfen ist furchtbar. Dachte, ich erwähne das mal kurz. So, kann ich jetzt irgendwen haben? Den da oben zum Beispiel? Bitte, danke. Komm her jetzt. Juhu. Platz 8. Es kann aber auch sehr schnell vorbei sein in diesem Spiel. Das muss man leider dazu sagen. Auch wenn es gerade echt gut aussieht. Aber, wenn wir ein Pech haben, ist das Ding einfach in zwei Happen gegessen. Haha. Happen gegessen. Nichts gesagt, Freunde. Na, komm schon. Wer will auf den Sack? Ihr wollt auf den Sack. Ich weiß gar nicht, von welchem aus ich mich teile. Von dem Großen, oder? Oh, den will ich essen. Der sieht witzig aus. Komm zu mir. Das war nicht groß genug. Ui. 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 Nicht gut. Ganz oder gar nicht gut. Ich muss mir auch die Nase putzen. Fuck. Komm zu Papa. Wir dürfen uns nicht mehr mehr teilen. Das ist, glaube ich, nicht gut. Das würde nicht gut enden. Na, komm schon. Wir sind immer noch Platz 8. Das ist gut. Ich sehe schon, Korn ist eine von diesen Runden, die unendlich lang geht. Oh, Mann. Ups. Klicken bringt auch gar nichts in die Spiele. Braucht nur die Maus. Mehr braucht ihr nicht. Okay, den kriege ich nicht. Den kriege ich nicht. Oh. Na, der hört auch schon ab. Oh, haut doch nicht ab jetzt. Was soll denn das? Kann doch nicht so schwer sein. Wer bist du denn? Komm zu mir. Nein, du willst auch nicht. Komm du zu mir. Kommt ihr beide zu mir? Snack. Na toll. Sechster. Immerhin. Ich glaube, das höchste, was ich war, war Dritter. Und dann bin ich gestorben. Dann wurde ich gefressen. Eiskalt. Der Nahrungskette zum Opfer gefallen. Huch, der hat eine Sonnenbrille. Aber der hat eine Sonnenbrille. Ich will auch eine Sonnenbrille. Cool. Komm her. Danke. Komm auch her. Komm her jetzt. Jawohl. Den saß er nicht gefressen. Da kommen wir nicht durch. Ohne ekelhaft zu zerplatzen. Den können wir aber. Ja, aber nicht durchteilen. Ist zu schnell. Wer ist denn da rechts? Holy. Wer bist du? Äh, unnamed cell. Ich glaube, das ist er. Kann das? Krass. Komm, zusammen jetzt. Geh zusammen. Oh, die nehme ich alle mit. Die nehme ich alle mit. Hungry ist Platz 9. Okay, wir sind größer als der. Komm mal her, bitte. Kollege. Wenn ich mich teile, kriege ich den dann? Ich muss es ausprobieren. Jawohl. Platz 5. Oh, nein. Nein, nein, der ist größer als ich. Tnaire. Obwohl, Messi, der ist kleiner als ich. Aber der ist... Ah, okay. Der ist so groß wie mein großes Dings da. Komm her. Fuck. Ich will meinen kleinen Knubbel nicht verlieren. Wenn mein kleiner Knubbel jetzt mal zu mir zurückkommen würde. Oh Gott. Nice. So, jetzt muss ich nur noch zusammensetzen. Wenn ich zusammengesetzt bin, kann ich ihn fressen. Oh Gott, wird das geil. Kriegst mich da nicht rein, Kollege. Vergiss es. Nicht platzen, nicht platzen. Oh, ich setze mich zusammen. Ich setze mich zusammen. Das wird nicht reichen, glaube ich. Ach, scheiße. Hat der ein Glück. Platz 4 sind wir. Oh, wir hatten ihn fast bekommen. Das wäre so schön gewesen. Nein, geplatzt. Nein. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Und dann einen schönen Platz hergegeben. Okay, jetzt muss ich ihn da oben fressen. Oh, Freunde. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich den blauen haben. Oh, fuck. Immer noch vierter. Ja, komm, nimm. Ja, ich hab sie wieder. Okay. Oh, der hängt aber gut in der Ecke hier. Kriegen wir den? Sieht nicht so aus. Oh, Gott. Sie wollen meinen... Nein, Messi kriegt den. Nein. Ihr kriegt den nicht. Nice. Alles richtig gemacht. Platz 2. Wir sind das zweitgrößte gelönt. Wie traumhaft ist das denn? Boah, vielleicht schaffen wir es direkt in der ersten Folge auf Platz 1. Boah, da war ich noch nie. Boah. Das feiere ich hart. Dann kann uns bald auch nichts mehr irgendwas anhaben. Aber wir sind so langsam. Wär das mega geil. Wen fressen wir denn heute? Den da. Schoffel. Platz 5. Heißt, ich bin größer. Komm ich nur nicht dran, blöderweise. Oh, Gott. Das ist Platz 1. What? Ist der riesig? Alter Vater. Der frisst mich ja in Sekunden. Oh, Gott. Ich komme nicht weg. Und der... Alter. Das sind drei Bälle, die alle größer sind als ich. Wie krank ist das denn? Und jetzt... Boah, ist der... Nein! Aber wir haben Platz 2. Das ist gut. Oh, Mann. Na gut, Freunde. Das war es mit dieser Folge. Ich muss mir die Nase putzen. Heuschnupfen sei Dank. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wenn es die gibt. Wieder. Macht's gut. Tschüss.